Mein Name ist Stefan Albers, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Prodexa und wir sind ein Anbieter von Software für das Management von Produktinformationen. Mein Vortrag setzt sich damit auseinander, was Produktinformationen sind und da die Produktinformationen Grundlage für viele Geschäfte sind, Produktinformationen verkaufen, Produktinformationen sind in allen Kanälen und Zielgruppen wichtig, glaube ich, dass es sehr interessant ist, den Vortrag zu sehen. Ich bin zuvor noch nicht bei den Print Days gewesen, das ist mein erstes Mal. Einige unserer Mitarbeiter sind schon in der Vergangenheit und in den vergangenen Jahren dabei gewesen. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass hier ganz unterschiedliche Perspektiven aufgezeigt werden, dass Perspektiven aufgezeigt werden aus Sales, aus Marketingbereichen, aus analogen und digitalen Welten. Das macht es sehr, sehr spannend. Das gibt es sehr, sehr interessant, habe ich mich auf Qual Often gezwungen, bei uns bons Medikrets zu eringen, aber mir wäre denn das nach buses состоitend? Bis zum nächsten Mal.